hallo und herzlich willkommen liebe leute zu einer kleinen runde vielleicht auch eine längere runde mal sehen minecraft aura pvp hier auf dem goma hd server ja schön die map die die youtuber alle gemeinsam erarbeitet hatten und so ich muss sagen ich finde sie immer noch grandios da geht hier schon der kampf richtig los kommen damit schon mal zum einen und zwar so richtig was auch immer jetzt aura plus hier bedeutet ich habe es noch nicht so ganz verstanden es ist nicht der normale aura modus wie es im let's play auch also im map erbauen gespielt wurde ich glaube ich habe ihn runtergekickt oder ja nein ich habe was gemacht hallo buddy ach das bedeutet das mepi zerstören gott dieses map zerstören hua nein lasst mich hier weg erst mal hier auf das haus was der liebe tattel uns gebaut hat die brudi budi budi jetzt mal erhoffen wir uns jetzt hier was daraus dass wir hier oben sind erstmal schauen da oben ist keiner gut wo sind die denn alle da unten sind die alle auch kommt das schauen wir uns doch mal aus näher rei entfernung an ah so wenn man stomping macht ich hasse es wenn die leute sich nicht wegschlagen lassen was ist das denn ja du ah nein schade naja weil wir gerade so schön dabei sind suchen wir uns doch direkt mal eine neue lobby wird ja bestimmt nicht allzu lange dauern direkt was neues zu finden ach guck da ist sogar direkt eine voll sehr schön und wollen uns ein bisschen hier an dem rumgehüpfe ergötzen in der hoffnung dass wir uns gleich besser schlagen einmal abbremsen hier und dann wollen wir von hier aus durch nein doch gott bin ich blöd ich will das schaffen 15 sekunden habe ich noch gut 10 stehe ich mich zu blöd an gut und so jetzt wollen wir aber mal dahin wo ich gerade schon hin wollte eigentlich in das baumhaus vom unge vom simon unge in der hoffnung dass wir hier einigermaßen sicher sind zumindest für den anfang wo sind sie denn alle da unten sind welche dann ist glaube ich einer darüber gelaufen oder egal gehen wir mal noch weiter nach oben damit wir einen besseren überblick bekommen juck kaum haben die spiele begonnen habe ich hunger super hurra oh da steht ha damit hat er nicht gerechnet muahaha das war witzig oh da unten geht schon die fette fette party ab hat alter was versuchen die süß süß sind das noobs echt jetzt also ja ne ach da oben beim auf dem auf dem turm von glp sind sie auch am fighten schön egal ich misch mich jetzt mal hier unten ein mir wird das sonst zu lang geseilig waaat einfach what the shit is going on here alter ich nix gesehen habe nein wow das kann doch nicht wahr sein ja egal probieren wir noch eine runde vielleicht schaffen wir es dann auch diesmal durch das jump and run mal schauen ok es ist mehr zeit der server ist noch nicht voll ah jetzt ist er voll schön oh gott das war fast blöd ja mal geschafft wow dieses super schwierige jump and run wo uns ein ungeheuer kopf erwartet hat hallo unge also alter kopf von unge ouch gut äh kurzen schluck trinken und so ist ja erstmal noch schutzzeit hauptsache da macht schon der erste seine ding ist kaputt oh gott wo ging es denn nochmal runter in die arena ach ja hier oder wurde die mittlerweile verschlossen weil hier drin nur gekämpft wurde ja genau kommt noch mit ein paar mehr leuten ja genau kommt noch mit ein paar mehr leuten bibliothek ah wo bin ich denn hier gefangen oh mein gott was ist das hier diese mehrere türen sind vollkommen irritierend oh da fliegen was fliegt denn da waren das enderperlen oder waren das ich habe keine ahnung wenn ich ehrlich bin ich bin auf dem dach der will auch seine ruhe haben glaube ich nein will er nicht so damit haben wir ihn schon mal runter oh Gott oh Gott oh mein Gott ich habe das falsche geworfen naja gut wir müssen noch üben sehen wir hier und dann danke ich viel mehr fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschüss